Energiewende, Klimawandel, Mobilitätswende, der AC-Bereich steht vor großen Herausforderungen. Also wie hilft uns digitales Planen und Bauen von Infrastrukturen? Darüber spreche ich in unseren Talkrunden mit Markus Becker, Geschäftsführer des Ingenieur- und Tiefbaubüros Berthold Becker, Matthias Kunz von AFRI Deutschland und Steffen Scharun von der Obermeier Digital Solutions GmbH. Mit Obermeier und der Deutschen Bahn werfen wir auch einen Blick in die Praxis. GIS und BIM in der Vorplanung des Brenner-Nordzulaufs. Wie Sie Ihren Infrastructure-Twin mithilfe der ESRI-Systeme nutzen können, sehen Sie in drei Tech-Sessions. Seien Sie mit dabei! Ausatmen 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 Untertitelung des ZDF, 2020